So, hallo Leipzig! Yeah, Leute! Was war das denn, Alter? Das war ja mega! Ich bin sehr stolz auf meine Wahlheimat. Ja, bin ich auch. Mich mit stolz. Ja, Co-stolz, sozusagen. Die Elfste war ja deine Familie. Die Publikum war wahrscheinlich deswegen so. Aber es war ja aufgeregt. Aber es ging eigentlich mit dem Spielen. Das war mega. Meine Verhältnisse. Ihr war toll. Ihr war wirklich toll. Total krass. Wir hatten beinahe geheult. Ja, ja. Wir haben wirklich festgestellt. Ein bisschen. Wir haben es direkt wie am Flächerchen zu sehen. Okay. Spotsche. Ich hab das schon mal gesagt. Ich hab das schon gesagt, dass es schön war. Morgen fahren wir nach München? Ja. Wir kommen gerne wieder her. Leipzig. Ja. Immer eine Bank. Immer eine Bank. Krass. Das war das letzte Mal schon so cool. Ja. Heute schon wieder. Täubchental. Ja. Kann man nicht meckern. Sven hat durchgehalten. Ja. Gerade so. alte Bazillenschleuder. Ja. Dann kann ich mir meine Maske schon am Hals hängen. Ja. Wenn ihr Lust habt morgen in München. Ich bin nicht mehr auf dem ersten Stück zu fahren. Aber es ist ja. Für den ersten Advents kann man noch ein Stück finden. Oder? Genau. Wir haben auch Plätzchen. Wir geben auch ohne Plätzchen. Guck mal wer da steht. Ja. Da drüben. Wir haben gestern oben Klo. Genau. Dann macht doch mal Klo. Ja. Ja. Mach doch mal. Na dann. Tschüss Leute. Bleib noch ein bisschen dran. Denkst du. Ich bring dich um drüber. Nein. Hier gibt es ja ein Pissoir mit Deckel. Das ist total krass. Was ist denn das für ein Quatsch? Na ja gut. Also dann. Ich seh schon. Wir müssen ausmachen. Wir sehen uns morgen. Mein Nacken. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.